Hallo Nation, seht, was Sie über Niklas Süle gesagt haben. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl lobte Niklas Süle für seine verbesserte körperliche Verfassung. Der Verteidiger von Borussia Dortmund kam am Ende der vergangenen Saison aufgrund kaum zu übersehender körperlicher Probleme nur sporadisch zum Einsatz. Es war ein Statement von Niklas, so zurückzukommen, sagte Kehl bei einem Medienrundtisch während der Asienreise des BVB in Bangkok. Der BVB selbst hatte auf X, ehemals Twitter, bereits ein Foto des 28-Jährigen in der Vorbereitung in deutlich besserer körperlicher Verfassung gepostet. Wir haben während und vor allem nach der letzten Saison viele Gespräche geführt und ich denke, er hat gezeigt, dass er bereit ist, dass er hier spielen und um seinen Platz kämpfen möchte, sagte Kehl. Ein wirklich fitter Niklas Süle hilft allen Top-Teams in Deutschland und Europa. Er hat unglaubliche Fähigkeiten, ich bin sehr glücklich, ihn zu haben. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Und das ist eine Umrüstung. Und das ist eine Umrüstung.